Willkommen zurück zu einem täglichen Update. Wir wollen uns heute auch mal wieder interessante News anschauen, dann haben wir in den On-Chain-Daten noch eine On-Chain-Date, die so ein bisschen um die Cycle-Theorie wieder geht und natürlich schauen wir uns wie immer die ETF-Inflows an und die Open Interests bzw. Funding Rate und in der Chartanalyse haben wir auch noch ein interessantes Pattern auf dem 4-Stunden-Chart und schauen uns aber auch trotzdem nochmal Daily und Weekly mäßig an, wo wir eventuell noch mit dem Bitcoin-Kurs hinfallen können. Und in diesem Sinne würde ich auch sagen, bleibt bis zum Ende dran und falls es euch wie immer gefällt, lasst gerne ein Like oder ein Abo im Morder und ansonsten würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Wir starten auch direkt mal rein mit den News und zwar geht es um keinen geringeren als Michael Saylor bzw. MicroStrategy. Die haben erneut für über 600 Millionen US-Dollar Bitcoin gekauft und wir wollen uns einfach nochmal kurz die Fakten anschauen, denn das ist ja jetzt schon das zweite Mal, dass sie bei einem Preis von über 67.000 US-Dollar gekauft haben und insgesamt haben sie jetzt über 1,4 Milliarden US-Dollar nochmal in Bitcoin besteckt. Während Bitcoin über 67.000 US-Dollar war, das bedeutet sie glauben langfristig an einen deutlich höheren Preis und hier können wir nochmal die Fakten sehen. 9.245 Bitcoin haben sie für 623 Millionen US-Dollar erworben, 67.382 US-Dollar pro Bitcoin haben sie bezahlt und dann können wir hier nochmal erkennen, halten sie inzwischen weit über 200.000 Bitcoin, 214.000 um genau zu sein und haben einen durchschnittlichen Entry-Price von 35.100. Das ist natürlich schon sehr, sehr stark und damit sind sie inzwischen zwar nicht mehr ganz 100% im Profit, aber immer noch auf der deutlich sicheren Seite. Und was ich auch sehr interessant finde, ist das hier und zwar inzwischen befindet sich 1% der gesamten Bitcoin-Umlaufmenge im Besitz von MicroStrategy. Damit ist MicroStrategy auf jeden Fall als vergleichsweise kleines Unternehmen ein vergleichsweise großer Bitcoin-Player. Und damit wollen wir nochmal vorgehen zur ersten On-Chain-Date, denn hier haben wir nochmal einen Vergleich von einem Indikator und zwar hat dieser immer, wenn wir diesen 0,21 Value hier gecrossed haben, angezeigt, dass wir bald bzw. in 10 Monaten von diesem Zeitpunkt an ein Cycle High hatten. Das war hier 2013 der Fall, 10 Monate später Top, 2017 10 Monate später Top, 2021 10 Monate später Top und eben hier könnte das auch der Fall sein, dass wir dann theoretisch gesehen unser Top im Dezember 2024 erreichen. Und damit möchte ich einfach nur nochmal ein bisschen auf das letzte Video eingehen und zwar viele Leute haben gesagt, ja du gehst hier an Holder und zwar Bitcoin wird auf 0 crashen, du sagst hier, dass Holder in Gefahr sind und sowas. Und das meinte ich natürlich nicht, ich meinte, dass es darauf geht, dass Leute nachkaufen können, wir aber kurzfristig für Trader gesehen natürlich fallen. Dementsprechend hatte ich auch die 61.000 US-Dollar im Bild, im Thumbnail drin und dementsprechend kann es natürlich sein oder wird es wahrscheinlich auch so sein, dass wir momentan nur eine kleine Korrektur sehen. Es aber insgesamt weiter in unserem Cycle bzw. in unserem Run-Up geht und wir eventuell hier dann im Dezember 2024 das All-Time-High sehen. Gerade wenn wir ja in weniger als 30 Tagen, glaube ich, vom heutigen Zeitpunkt aus das Halving sehen, was natürlich dann nochmal sehr interessant wird. Nach dem Halving hatten wir natürlich immer einen heftigen Pump beim Bitcoin-Kurs. Jetzt wollen wir nochmal weitergehen und uns kurz die Inflows anschauen und zwar können wir erkennen, hatten wir gestern einen Outflow, denn der Grayscale Outflow ist wieder extrem angestiegen. Wir hatten ja hier vorher bei Grayscale immer 2, 3, vielleicht manchmal 400 Millionen US-Dollar Outflows und gestern waren es dann tatsächlich fast 650 Millionen US-Dollar an Outflows. Dementsprechend hier 150 Millionen US-Dollar Outflows am gestrigen Tag. Ist natürlich schwierig, solange die Kaufkraft durch die Spot-ETFs fehlt, wird es schwierig sein für Bitcoin weiter zu pumpen, zumindest vor dem Halving, denke ich. Und jetzt wollen wir nochmal weitergehen, Open Interest und Funding Rate kurz anschauen, denn der Open Interest ist auf beinahe 18 Milliarden gesunken. Das ist natürlich immer noch recht hoch, das bedeutet, es kann sein, dass unsere Korrektur auf jeden Fall noch einen Moment dauert und wir eventuell auf bestimmte Preislevel wie beispielsweise 51.000 US-Dollar vielleicht sogar niedriger fallen. Und dementsprechend wollen wir jetzt mal in die Chart-Analyse steigen, um uns anzuschauen, welche Preislevel realistisch sind. Angekommen auf dem Weekly Chart wollen wir uns auch erstmal mögliche oder potenzielle Zonen anschauen, wo wir hin können mit dem Bitcoin-Kurs. Und zwar haben wir auf dem kleineren Time-Frame gleich nochmal die Zone, wo wir uns gerade drauf befinden, aber auf dem größeren Time-Frame haben wir im Grunde eher erstmal hier die nächste Zone bei ungefähr 52.000 bis 50.000 US-Dollar. Die ist durch diese mehrere Closes hier entstanden und auch durch mehrere Wigs, die es auf dieses Level gab. Ich zeichne das hier nochmal kurz ein, eben hier, hier und beispielsweise auch hier in dieser Zone. Dementsprechend hatten wir ja auch letztes Mal diesen kleinen Stopp, sage ich jetzt mal, als wir auf dem Weg nach oben waren. Und die nächste Zone wäre eben hier zwischen 44.000 und 40.600 US-Dollar. Aber man muss natürlich ganz klar sagen, wenn wir jetzt in eine der beiden Zonen gehen würden, wäre das von dem All-Time-High aus eine 30% Korrektur zu den 50 bzw. 51.000 US-Dollar und eine fast 45% Korrektur zu den 42.000, 43.000, 44.000 US-Dollar. Und das wäre natürlich schon sehr fatal für den Bitcoin-Kurs. Das erwarte ich jetzt in dieser Rallye, die wir haben. Vor allem, wenn wir davon ausgehen, dass diese weitergeht, nicht. Aber ich denke, die 51.000 US-Dollar wären erstmal realistisch. Wenn wir jetzt nochmal nach vorne gehen auf den Day-Chart, können wir hier auch erkennen, befinden wir uns jetzt an der nächsten Zone. Und zwar diese kleine Seitwärtsbewegung hier bei ungefähr 61.000 bis 63.000 US-Dollar. Und diese haben wir heute angetestet, sind aber jetzt erstmal darüber weggeblieben. Das bedeutet, sollten wir so den Day-Close haben, könnte ich mir vorstellen, dass wir vielleicht morgen erstmal einen Bounce sehen. Eben weil das Ganze dann aussieht, als würden wir hier erstmal nicht weiterfallen, solange wir eben nur die Zone angetippt haben, aber dann wieder aufgekauft wurden mit dem Bitcoin-Kurs. Hier kann man übrigens auch nochmal die andere Zone sehen von 50.000 US-Dollar. Und das hier wäre die 40.000 US-Dollar-Zone. Die 50er halte ich für realistisch, weil wir hier eben diesen Uptrend-Kanal haben, den wir eben mehrmals angetestet haben. Habe ich auch gestern im Video schon gezeigt, wo wir dann eben hingehen könnten. Worum es mir aber eigentlich geht in der Chart-Analyse ist, auf dem 4-Stunden-Chart haben wir hier ein sehr interessantes Pattern. Und zwar können wir hier erkennen, unsere drei Zonen erstmal hier oben, natürlich auf dem kurzfristigeren Timeframe, auch durch die Volumina hier gegeben, sehen wir hier einfach mal eine Zone von 66.000 bis 69.000 US-Dollar, die Zone hier oben und eben diese Zone, die jetzt am wichtigsten gerade für uns ist, zwischen 61.000 und ungefähr 63.000 US-Dollar. Und hier können wir ganz klar erkennen, hatten wir jetzt den Bounce und hier können wir auch eine Linie einzeichnen. Diese kann entweder so verlaufen oder beispielsweise so mit dem Close drauf eingezeichnet und mit verschiedenen Wigs, die wir hier eben haben, die die Linie bestätigen. Beispielsweise hier den Close, dann hier die Wigs und eben hier. Und heute hatten wir dann auch den einen Wig dadurch, sind dann aber direkt wieder nach oben. Das bedeutet, befinden uns da wieder drin. Und jetzt wäre es natürlich sehr interessant für den Bitcoin-Kurs, ob wir es eben schaffen, hier nach oben hin auszubrechen. Denn das hier wäre natürlich ein typisches Pattern, was man hier nutzen könnte, um einen Reversal zu erzielen für den Bitcoin-Kurs. Und Breakout-Target vom ungefähr momentanen Zeitpunkt aus wären 72.600 US-Dollar. Das heißt, wir würden hier wieder bis auf die obere Zone reversalen, falls wir hier eben das Breakout nach oben sehen. Gleichzeitig kann das aber genauso gut sein. Denn das sollten wir beispielsweise in den Daily oder in den Weekly hier unter 61 schließen, wird es wahrscheinlich recht schnell mit dem Bitcoin-Kurs Richtung 51.000 US-Dollar gehen. Und momentan sieht es auch etwas durchwachsen aus. Ich wollte hier nochmal das Fib-Retracement anmachen. Und zwar kann man hier erkennen, wurden wir hier am 0,5er-Level rejected. Das befindet sich hier. Dort hatten wir heute einen Antest mit einer Voraulikende. Die wurde dann aber wieder abverkauft. Das bedeutet, ich wollte das Pattern einfach mal zeigen, weil wir hier eben so einen Downtrend-Kanal bis Falling Wedge eben haben. Aber wir wurden hier auch rejected. Das bedeutet, es kann sehr gut sein, dass wir weiter korrigieren und es hier nicht schon zu einem Reversal kommt bei den, wie gesagt, 62.000, 63.000, 61.000 US-Dollar. Und Leute, das war es auch wie immer mit dem Video und der Chart-Analyse. Ich hoffe, euch hat es wie immer gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like oder ein Abonnement da. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns zum Video morgen wieder. Bis dann, Leute. Ciao.